Aufwachen! Das Lebensmittelverbrechen schläft nie. Ich brauch auch mal meine Ruhezeit. Ruhezeit? Ruhezeit? Du meinst so, wie der echte Aceto Balsamico Traditionale di Modena, der zwölf Jahre im Fass reifen muss? Den gibt's hier doch gar nicht. Nee, den gibt's hier nicht. Hier gibt's nur den billigen Abklatsch. Sei wie er, dem reicht ein Power-Napel. 60 Tage pro Forma, sagt die EU. Wie viele mussten damit schon ihre Tomate Mozzarella besudeln? Weißt du eigentlich, was das Kriminellste an dieser Fake-Creme ist? Creminell. Die bestehen aus Traubensaft, billigen Balsamico-Essig, Stärke-Stabilisatoren und sind pappensüß. Das ist wie so'n Zungkuss mit dem Haribo-Goldbeer. Oh Gott. Verlassen! Wissen Sie ja nicht, was da drin ist?